Universum! Hm, wenn ich Universum höre, dann denke ich immer an... Planeten! Schwarze Löcher! Supernovae! Galaxien! Neutronensterne! Aliens! Äh, warte was? Aliens? Meinst du solche wie die aus diesen Filmen, die so komisch aussehen? Ja, kennst du die nicht? Nö, noch nie gesehen. Äh, wieso eigentlich nicht? Es gibt doch so viele Planeten, auf denen die richtigen Bedingungen herrschen. Na, da sollte es doch theoretisch überall Aliens geben, oder etwa nicht? Apropos, hast du schon mal was von der sogenannten Drake-Gleichung gehört? Mit ihr kann man nämlich berechnen, wie viele Zivilisationen es in einem System gibt. Um mit ihr zu rechnen, braucht man... Die Sternenentstehungsrate pro Jahr in der Milchstraße. Die Anzahl der Sterne mit Planetensystem. Die durchschnittliche Anzahl der Planeten, die sich in der habitalen Zone befinden. Den Anteil an Planeten, auf denen sich Leben gebildet hat. Davon die Planeten mit intelligentem Leben. Und wiederum davon die, die Interesse an interstellarer Kommunikation haben. Das letzte wäre dann noch die Lebensdauer solch einer Zivilisation. Wenn man nun all diese Werte miteinander multipliziert, kommt man auf 38.000. Ähm, okay, und was genau bedeutet diese Zahl jetzt? Das heißt ganz einfach gesagt, dass es 38.000 Alien-Zivilisationen allein in unserer Galaxie gibt. Und das in diesem Moment. Übrigens, du hast vorhin was von einer habitalen Zone erwähnt. Was ist das denn bitte genau? Das ist eine bestimmte Zone für Planeten, in der Wasser, die Grundvoraussetzung des Lebens, flüssig bleibt. Denn wenn der Planet zu weit weg ist, ist das ganze Wasser gefroren. Dasselbe gilt, wenn er sich zu nah am Stern befindet. Denn dann ist das ganze Wasser längst verdampft. Ungefähr nur jeder fünfte Planet befindet sich in dieser Zone. Boah, ich muss erst noch diese 38.000 verkraften. Wieso gab es bisher noch keinen Kontakt? Möglich, dass sie wissen, dass es uns gibt, aber es interessiert sie einfach nicht. Denn vielleicht leben sie in einer sogenannten Dyson-Sphäre. Einer von der Energie des Heimatsterns betriebenen Maschine. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Immerhin hat unser Universum physikalische Grenzen. Eine virtuelle Welt hatte gegen keine. Und ein Stern brennt viele Milliarden Jahre. Also keine Sorgen um Energie. Nochmal zu der Frage, wieso wir nichts von den Aliens hören. Es ist einfach alles so weit voneinander entfernt. Aber das sollte doch kein Problem sein. Denn immerhin bauen wir schon seit Jahrtausenden Transportmittel, die uns von Punkt A nach Punkt B bringen. Und in den letzten Jahrhunderten haben wir diese Art von Fortbewegung sogar noch revolutioniert. Man muss aber dabei verstehen, dass diese Größenunterschiede wirklich enorm sind. Nehmen wir mal an, wir haben eine Rakete, die sich mit 100.000 kmh fortbewegt. Damit bräuchte man gerade mal 3,8 Stunden zum Mond. Zur Sonne sind es gerade mal zwei Monate. Zu Proxima Centauri, das ist der nächste Stern. Naja, so weit kann das ja jetzt auch nicht sein. Das sind ca. 45.000 Jahre. Und das waren gerade mal vier Lichtjahre. Jetzt haben wir eine vage Vorstellung davon, wie groß das Universum ist. Aber das Universum war nicht immer so groß. Vor ca. 13 Milliarden Jahren war nichts. Nicht einmal Raum bzw. Zeit. Doch das sollte sich durch den Urknall ändern. Der Urknall war keine Explosion. Es war eine Ausdehnung des Raums. Die ersten 15 Sekunden sind rein hypothetischer Natur. Man geht ungefähr von folgendem aus. In den ersten Trillionstel einer Trillionstel Sekunde sind winzige Teilchen, die Quarks, aus der immens hohen Energie entstanden. Und das war wirklich sehr, sehr viel Energie. So viel in der Tat, dass dem Autor hier kein passendes Beispiel eingefallen ist, was nur ansatzweise die Menge beschreiben könnte. Äh, langsam, langsam, langsam. Was sind Quarks überhaupt? Okay, machen wir einen kleinen Ausflug in die Geschichte. Schon seit tausenden von Jahren hielt man Atome für die kleinsten Bausteine der Materie. Später hat man entdeckt, dass ein Atom auch einen Kern besitzt. Dieser lässt sich aus Protonen und Neutronen zusammensetzen. Aber erst vor 50 Jahren hat man herausgefunden, dass Protonen und Neutronen aus Quarks bestehen. Das sind sehr, sehr kleine Teilchen. Okay, und wie groß ist dann so ein Quark? Nun, wenn man sich die Up-Quarks und die Down-Quarks anschaut, die Bestandteile eines Protons, dann sind diese etwa tausendmal kleiner als ein Proton. Es gibt außerdem noch vier weitere Quarks, die sogar noch viel kleiner sind. Aber die Ups und die Downs sind so ziemlich die wichtigsten. Okay, wieder zurück zum Urknall. Es entstand eine Vielzahl von Teilchen, die sich mit ihren Antiteilchen sofort wieder vernichteten. Da der Raum expandierte, wurde das junge Universum kühler. Inzwischen war das Universum zu groß, als dass sich Teilchen und Antiteilchen treffen und somit vernichten würden. Ein Milliardstel der Teilchen blieb am Ende von dem ständigen Vernichten übrig. Bisher entstanden Quarks, Neutronen, Protonen und Leptonen, darunter Elektronen. Sie sind die Ursprünge von allem, was wir heute sehen. Nach 15 Sekunden passiert etwas Außergewöhnliches. Ein Elektron und ein Proton formten Wasserstoff. Das erste Element. Die Temperatur war sogar noch hoch genug, dass sich weitere Atome formten. Wie Deuterium, das ist ein Isotop vom Wasserstoff. Helium und sogar ein bisschen Lithium. In den ersten drei Minuten konnten diese Atome entstehen. Danach war die Temperatur einfach zu niedrig. Und woher weiß man das jetzt alles? Wer sagt denn, dass es überhaupt einen Urknall gab? Nun, durch unseren technologischen Fortschritt sind wir in der Lage, Atome zu studieren, sie aufzubrechen und sie auf Milliarden von Kelvin zu erhitzen, um ihre Eigenschaften zu prüfen. Außerdem hat man vor kurzem Deuterium, was vom Urknall übrig blieb, zwischen den Galaxien gefunden. Das beweist, dass Wasserstoff in den ersten Sekunden entstanden sein muss. Aber trotzdem, wer sagt denn, dass das Universum einen Anfang hatte und dass es sich ausdehnt? Vielleicht gibt es das Universum ja schon immer. Es gibt zwei große Indizien für den Urknall. Das eine ist, dass egal wo man hinschaut, sich Galaxien von einem entfernen. Das misst man durch den sogenannten Doppler-Effekt. Der Doppler-Effekt ist etwas ganz Alltägliches. Immer, wenn sich ein Objekt bewegt und dabei irgendeine Form von Wellen, also Licht oder Schal aussendet, werden die Wellen mit der Bewegung verzehrt. So sind die Wellenabstände vor dem Objekt kürzer als hinter dem Objekt. Und was genau bedeutet das jetzt? Bei Schal lässt sich der Doppler-Effekt sehr gut darstellen. Wie ihr sicher gemerkt habt, hat sich die Tonlage des Zuges verändert. Mit anderen Worten, die Frequenz ist aufgrund des Doppler-Effekts in eine niedrigere Frequenz verschoben worden. Bei Licht kann man den Doppler-Effekt auch beobachten. Ist ja auch nur eine Welle. Dieser fordert genaue Messungen, ist aber trotzdem äußerst präzise. So präzise sogar, dass man damit berechnen kann, ob ein Planet um einen Stern kreist oder sogar wie schwer der Planet ist. Okay, und was hat das jetzt alles mit dem Urknall zu tun? Nun, durch den Doppler-Effekt hat man vor kurzem entdeckt, dass sich Galaxien von einen entfernen. Die Idee dahinter ist, dass man diesen Prozess auch umkehren kann. Das heißt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt alles an demselben Punkt gewesen sein muss. Es gibt aber noch ein weiteres Indiz für den Urknall. Das ist die sogenannte Hintergrundstrahlung. Man kann sie sich ungefähr so erklären. Das Universum war in den ersten Millionen Jahren noch sehr, sehr heiß. Es kühlte sich aber immer weiter ab. Und alles, was eine hohe Temperatur hat, leuchtet in einer bestimmten Frequenz. Das ist der Grund, wieso Sterne leuchten oder wieso Eisen leuchtet, wenn man es erhitzt. Und genau so hat das Universum auch mal geleuchtet. Nein, es leuchtet sogar immer noch. Das ist übrigens kein Schwarz, es ist nur sehr, sehr dunkles Rot. Diese Frequenz ist auf jeden Fall so niedrig, dass sie im Bereich der Mikrowellenstrahlung liegt. Satelliten können dies empfangen. Daher kommt auch immer das Rauschen, wenn man einen leeren Kanal im Fernsehen auswählt. Die Hintergrundstrahlung ist sozusagen das Echo vom Urknall. Na gut, das Universum hatte also einen Anfang. Aber eins verstehe ich noch nicht. Wenn in den ersten drei Minuten nur drei Elemente entstanden sind, wieso gibt es dann heute mehr als nur drei? Nach 100 Millionen Jahren fand man im Universum überall riesige Gaswolken. Hauptsächlich Wasserstoffgaswolken. Schauen wir uns so eine mal an. Diese Wolke hat aufgrund ihrer hohen Masse eine Gravitation und rotiert langsam. Durch das Rotieren wird die Wolke zu einer Scheibe und es kommt immer mehr Gas in das Zentrum der Wolke. Durch den Druck, der dort herrscht, steigt die Temperatur. Jetzt passiert etwas chemikalisch Interessantes. Wegen den Umständen verbinden sich Wasserstoffatome zu Heliumatomen. Dabei entsteht sehr, sehr viel Energie. Das Zentrum wird auch immer heißer. Und inzwischen ist dieser Gasball so dicht und heiß, dass man ihn Stern nennt. Jeder Stern verbringt sein Leben damit, Elemente in noch schwerere Elemente zu fusionieren. Die Energie, die dabei entsteht, wird in Form von Licht abgegeben. Jeder Stern fusioniert über Milliarden von Jahren Wasserstoff zu Helium. Wenn der Stern eine bestimmte Massen-Obergrenze überwiegt, setzt der Stern mit dem Heliumbrennen fort. Sobald diese Fusion im Kern eingeleitet ist, bläht sich der Stern zu einem roten Riesen auf. Gefolgt von vier weiteren Phasen, in denen neue, schwerere Elemente aufgrund des heftigen Drucks zum Weiterfusionieren gezogen werden. Da hätten wir einmal das Kohlenstoffbrennen, das eher uninteressante Neonbrennen, Wenn im Kern des Sterns dann nur noch Eisen vorhanden ist, passiert ein unglaubliches Spektakel. Denn Eisen kann nicht so einfach weiter fusioniert werden. Weil im Kern deswegen nichts mehr fusioniert und dadurch fast keine Energie mehr entsteht, kann der Kern dem Druck des Sterns nicht mehr widerstehen. Er kollabiert in sich zusammen. Dieses ruckartige Zusammenpressen ist eigentlich der Grund, wieso wir existieren. Denn für einen Kurzmoment ist der Druck so gewaltig hoch, dass Eisen weiter fusioniert. Gefolgt von einer Druckwelle im Kern kommt es zur Explosion. Hierbei entsteht in wenigen Sekunden mehr Energie, als der Stern in Milliarden Jahren produzieren könnte. Dieses Phänomen nennt man Supernova und ist eines der spektakulärsten Ereignisse im Universum. Okay, also fassen wir das Ganze nochmal zusammen. In den ersten drei Minuten sind alle Teilchen, darunter drei Elemente, entstanden. Danach passierte sehr lange nichts. Das Universum musste sich erst abkühlen. Dann, nach hunderten Millionen Jahren, bildeten sich die schwereren Elemente, einzig allein in Sternen und bildeten damit die Grundlage für neue Sonnensysteme. Diese ganzen Vorgänge im Universum sind sehr kompliziert und es gibt dabei noch viele ungelöste Fragen. Etwas, was wir zum Beispiel nicht verstehen ist, wieso gab es überhaupt einen Urknall? Wer hat diese Singularität am Anfang dort platziert? Oder ist sie einfach aufgetaucht aus dem Nichts? Das macht auf vielen Ebenen eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber es gibt Theorien, die dieses Problem umgehen. Und zwar, dass es das Universum schon immer gab und auch unendlich viele Urknalle hatte. Aber trotzdem, in der Wissenschaft ist dies noch ein sehr umstrittenes Thema. Aber dieser Film hört nicht umsonst mit ungelösten Fragen auf. Sie sollen uns lernen, dass wir nie das volle Ausmaß der Natur verstehen werden. Oder zumindest nicht zu unserer Zeit.